So, was ist das hier? Ein Restaurant? Ah, wieder abgeschlossen. Ein Restaurant? Oder was? Ein Café? Is die da eine Café? Oh, da geht's aber... ...auch wieder tief rein. Ah ja, ein Restaurant, okay. Gibt's noch weiter runter? Wo kommen wir da hin? Ah ja, eine Kneipe ist das hier. Vielleicht kann man auch irgendwann mal was essen gehen. Ja, oder man nimmt sich irgendwas und stopft sich's rein. Hinter die Kiemen. Geht natürlich auch. Und überall diese Bilder, gell? Wer braucht schon Fernseher, wenn es bewegte... ...bewegte Bilder gibt. Also Gifs? Ah, auf Blättern. Die drei Besen. Ah, das Würzhaus. Das Würzhaus-Drei-Besen, das derzeit von Sirona Ryan geführt wird, und angeblich so altes wie Hogsmeade selbst, ist seit langem ein Treffpunkt für Dorfwohner und Hogwarts-Schüler, die ein Butterbier oder einen Feuer-Whisky genießen möchten. Cool. Da haben wir wohl die nächste Stufe erreicht. Okay. Wo kommen wir hier eigentlich raus, wenn wir rausgehen? Okay, dann sind wir hier. Und jetzt sind wir hier wieder. Heiße Wein ist, glaube ich, in dem Bereich hier. Okay, Scherzartikel. Der drei Besen, da waren wir. Dann können wir jetzt hier hochlaufen. Derzeit nicht verfügbar. Und können dann hier nochmal die Sachen anschauen. Das ist auch wieder... ...ein Kaffee. Ja, hat gerade alles ein bisschen geladen. Ein bisschen länger, als mir lieb ist. Oh, Enkoda war gerade überfordert. Hm. Hoffentlich stoppt mir der PC nicht weg bis Samstag. Oh, wie schön. Hm. Ist ja schon komplett verrostet, aber ey. Läuft doch. Läuft vielleicht sogar noch besser mit Zauberei, als an Tag 1. Kannst du noch ziehen. Ja, könnte sein, dass ein Musikinstrument gerade repariert. Oder verzaubert. Man weiß es nicht. So, dann kommen wir hier raus. Warum hat er leider eigentlich zwei Eingänge? Hm. Okay, hier. Nein. Machen wir F. Wollt F machen? F. So. Schnippel die Schnabbel. Da kommen wir nicht rein. Ist auch gut so, dass man manchmal nicht reinkommt. Warten wir hier vorhin. Na komm. Honigtopf. Das Süßwarenladen. Honigtopf verkauft eine Vielzahl magischer Süßigkeiten. Von zwischenden Whispies bis hin zu explodierenden Bonbons. Bourbons. Kunden sollten genau wissen, was sie, äh, was für einen Effekt sie erwartet, bevor sie die Waren dieses Ladens probieren. Hm. Bourbons. Ja. Also wieder alles reinstopfen. Also der, dem ist es egal, was hier passiert oder was geschieht bei den Süßigkeiten. Was sind das alles für Süßigkeiten? Kann man da lesen, was da drauf steht? Ballsweets. Ja, aha. Da klimpert's wieder. Zwischende Whispies. Bei diesen köstlichen Süßigkeiten handelt es sich um kleine Brausekugeln, die einen nach dem Verzehr einige Zentimeter über dem Boden schweben lassen. Gerüchten zufolge erhalten sie Billy-Way-Stacheln. Was? Billy-Way. Oh. Okay. Schick. Hammer, Hammer, Hammer. Da steht Kuchen. Das ist auch geil, so Zuckerwatte. Verzauber. Das sieht aus wie ein Stachel. Vielleicht doch nicht ganz so geil. Man kann ja nie wissen, was passiert. Vielleicht ist es hier böse. Er hat nichts gesehen. Ich habe aber was gehört. Explodierende Bonbons. Diese Süßigkeiten explodieren beim Verzehr. Auch wenn sie eher keine schweren Verletzungen verursachen, sollte man dennoch vorsichtig sein. Was kaufen oder kaufen? Was stand da? Was stand da? Wieder abgesperrt. Oh, da ist aber ein größeres Schloss. Warum sind überall so große Schlösser dran? Haben wir mal Essen, Essen. Es sind überall so riesige Schlösser dran. Alles ist gefühlt abgesperrt. Und überall steht Essen. Überall kann man was zum Essen nehmen. Also der verhungert mir ja nicht. So, sind wir jetzt auf der Map. So, jetzt sind wir hier. Ich weiß nicht. Okay, da war die Friseurin. Die Friseuse. So, gehen wir da mal hin. Ah, okay. Sind wir schon da? Okay. So. Hengis von Woodcroft. Diese Statue zeigt Hufflepuff Hengis von Woodcroft, angeblich der Gründer des Dorfes Hogsmeade, nachdem er von einem Muggel-Mob aus einem Haus vertreten wurde. Das muss aber schon ewig erst sein. Ja. Mal wieder auf Abenteuer-Tour. Da ist auch noch ein Haus, wo wir hin können. Oh, F. Ach, cool. Wann nicht, dass wir gleich einen fliegenden Fisch oder eine Lebelle treffen. Warte, ist das? Diesen Weg solltest du doch meiden. Miss Peck von Schnabel und Brut sagte, jemand hätte hier ein Dirich Hall verloren. Ich weiß, dass wir da nicht lang gehen sollen. Ich dachte nur... Du hättest uns viel Ärger einhandeln können. Es tut mir leid. Sie sagte, ich könnte eine Belohnung verdienen. Doch ich habe nur unsere Zeit verschwendet. Ja. Mit Sicherheit. Das ist verschlossen. Aber wieder verschlossen. Dome ist auch noch ein Haus. Ich würde ja sagen, wir haben ja jetzt fast alles erkundet. Ach nee. Ah. Das ist alles hier, Hogsmeade. Also, wahrscheinlich auch das hier hinten noch. Und die Sachen hier. Dann können wir da eigentlich auch nochmal langlaufen. Gehen wir da einfach mal hin. Ach man, ich verdrück mich immer. Nein. Ah. Na, jetzt. Warte. So. Ich verdrück mich immer. Ich will vier drücken. Aber ich drück immer R. Jetzt sind nur da vier. Deswegen dabei. Schon wieder. Vier. Das ist doch unglaublich. Warum? Ach so. Die Büsche wieder. So. Oh. Ist jetzt schon wieder zu lang, gell? Mir tut schon wieder alles weh. Ist mal komplett gnadenlos. Sind wir jetzt eigentlich schon außerhalb des Gebiets? Oder sind wir noch... Ähm. Karte von Hogsmeade. Wir müssen hier links lang. Wir sind gar nicht mehr auf der... Huch. Also da. Da ist das Haus. Boah, ich kann da irgendwo anders hinlaufen. Okay, aber interessant, dass jetzt schon... Open World so an sich, äh... Schon funktioniert. Baum vor Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Riesi, äh... Dieser große Baum mit gewunden Ästen stützt das Geschäft Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Na, hoffen wir mal, dass, äh, das... Lumos-Geschäft zu bestehen bleibt. Schornstein. Der Schornstein. Der Schornstein. Hallo. Oh, hallo. Verzeihung, ich bin jetzt was durcheinander. Ich musste einige spuckende und kneifende Pflanzen tadeln. Das kommt wohl davon, wenn man mehr als vier in einen Topf setzt. Ach ja. Beatrice Green, der Name. Aber Sie dürfen mich Madame Green nennen. Willkommen bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Stoßen Sie die Allraunen nicht an. Wenn es nicht ständig Bedarf an Gegengiften gäbe, müsste ich nicht so viele von den süßen Kleinen führen. Außer natürlich für Flöche. Und, nun ja, wenn sie versteinert wurden, sind sie natürlich auch richtig. Stoßen Sie bloß nicht die Allraunen an. Bei einer Entwurzelung fallen Sie als nächstes tot um und ich bin nicht in Stimmung, das aufzuräumen. Okay. Wie bitte? Hier ist jemand gestorben? Ja. Ein Glück, dass es nur einer war. Nun denn, wie kann ich Ihnen helfen? Ich sehe mich einfach etwas um. Na gut. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Okay. Was verkaufen Sie hier? Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Was können wir hier eigentlich alles kaufen? Okay, wir haben so viel Geld. Samen des Kinesischen... Ah, man kann auch selber dann anpflanzen. Wie Samen haben wir? Die kann man auch verkaufen? Okay, interessant. Da müssen wir aber eh nicht hin. Nein, Kiste? Die öffne ich jetzt mal nicht. Die kann ich ja eh noch nicht öffnen. Da oben ist ein Steinbruch. Gehen wir mal da oben noch hin. Dann gehen wir wieder ins Dorf. Dann machen wir noch die Quests. Schauen wir mal nach. Verlassenes Geschäft. Der Inhaber dieses leerstehenden Geschäfts soll einen Schrumpfzau benutzt haben, um sein Inventar zu lagern. Hat sich dabei aber verrechnet, sodass es praktisch verschwunden ist. Okay. Naja, kann ja mal passieren. So ein leerstehendes Geschäft. Trotzdem mit Sachen. Mit Kisten, mit Geld. Da. Ganz klar. Leerstehend. Okay, wir können nicht sterben. Ich hab grad schon gedacht. Und hier ist ein Friedhof. Natürlich ein Friedhof mit Geld. Was auch sonst. Klar. Wenn ich auf den Friedhof gehe, dann will ich natürlich erstmal Geld abstauben. Das ist ja mal ganz sicher. Okay, da waren wir noch nicht in dem Gebäude. Wo sind wir jetzt? Auf der Map mal wieder. Hier drüben. Okay, da waren wir noch nicht. Da wollte ich ja eh hin. Und dann... gehen wir dahin, zu dem Geschäft, was wir brauchen. Da wollten wir hin. Gut. Dann machen wir das gleich. Ich glaub, das ist ein Gemüsebauer. Mit Hasen. Hühnern. Und sehr vielen Kürbissen. Das hat niemand gesehen. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Dippsamen für den Neuzugang aus der Fünften. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der Fünften Klasse in Hogwarts anzufangen, muss sie ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo. Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich hab den Wagen hier draußen, weil ich mich gern unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Dipptamsamen aus. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Richtig. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher ihr Interesse wecken. Dünger. Kompost, der den Pflanzen zugesetzt werden kann, um ihren Ertrag zu steilen. Wir erwerben noch keine Pflanzen. Flussgrasstamm. Warte. Biegestemmel. Was? Biegsame Stängel, die für den Fokustrank verwendet werden. Flussgrassamen können bei die magische Rübe erworben werden, muss in den großen Töpfen gepflanzt werden. Dipptamsamen können bei die magische Rübe erworben werden und in Töpfen jeglicher Größe gepflanzt werden. Knöterrichtzweige. Zweige, die für den Unsichtbarkeitsdrang verwendet werden. Knöterrichtzamen können bei die magische Rübe erworben werden und in kleinen Töpfen gepflanzt werden. Blätter des Malvenkrauts. Magische Blätter zum Öffnen der Prüfungen Merlins. Malvenkrautsamen können bei die magische Rübe erworben werden. Fruch der Schrumpelfeige. Diese robuste Knolle ist eine wichtige Zutat für Donnen. Was? Donnergebräu. Schrumpel, blablabla können, ja, wieder Dünger, Flussgrassamen, Knödeldinger und Samen. Okay, da kann man die ganzen Samen wieder kaufen. Braucht man nicht, oder? Also ich würde jetzt mal keine Samen, ich wüsste auch nicht, wo man die einpflanzen kann. Der magische Rübenkarren. Dieser Karren gehört Timothy Teasdale, dem Inhaber der magischen Rübe. Er genießt es, mitten im Geschehen zu sein und sich vor dem Laden mit Kunden zu unterhalten. Ja, also ist auch alles zugewachsen, da kommt man auch gar nicht rein. Okay, eine Sache haben wir abgeschlossen. Jetzt brauchen wir, was ist näher? Brief, Dingsbums oder Zauberstab. Das wäre am nächsten. Da müssen wir hin, gell? Okay, da waren wir anscheinend doch nicht bei den ganzen... Oder wir waren noch nicht bei den wichtigen Sachen, kann natürlich auch sein. Bei den unwichtigen waren wir. Bei den wichtigen noch nicht. Kommen wir da nicht hoch. Das ist jetzt wirklich... Komplett enttäuschend, wenn wir da nicht hochkämen. So, da müssen wir eh rein. Guten Tag. Ja, hallo. Das ist jetzt wohl voll. J. Pippins Zauberdränke. J. Pippins Zauberdränke, gegründet 1753, ist die Apotheke in Hogsmeade, in der Inhaber Perry Pippin eine große Auswahl an Zauberdränken und deren Zutaten verkauft. Okay, dann reden wir mal mit ihm. J. Pippins Zauberdränke, gegründet 1753, ist die Apotheke in Hogsmeade, in der Inhaber Perry Pippin. Sie sind so viel wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen, das werden sie bald zu Genüge erfahren. Da sie zum ersten Mal hier sind, sollten sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir ihnen erstmal die Rezepte, ja? Wie kann ich heute behilflich sein? Ja, gerne die Rezepte, bitte. So, warten. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an, oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben? Ist das dann eigentlich für immer? Oder die sind doch wahrscheinlich zeitbegrenzt, oder? Maxima Trank erhöht die Zauberschaden des Dringenden für kurze Zeit. Hilft bei der Heilung und stellt ein wenig Gesundheit des Dringenden wieder her. Erzeugt um den Dringenden herum einen Sturm, der nahe Gegner betäubt und verletzt. Reduziert Abgängzeit Zaubersprüche des Dringenden. Ein Zaubertrank, der die Verteidigung des Dringenden erhöht, indem er mit dauerhafter Steinhaut bedeckt wird. Der die Verteidigung erhöht, bezaubert für alle Gegner. Ja, kostet aber immer ein 500 Euro. Äh, 500 Münzen. 500 Euro. Maxima Trank. Ja, dann würde ich das Rezept hier kaufen, oder? Würde man sagen, das Rezept kaufen ist besser als den Drang direkt zu kaufen. Dann können wir uns halt bei Gelegenheit das immer wieder herstellen. So. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen... Gehen wir da erstmal hin und dann gehen wir zum Schluss zum Zauberstab. Ich will am Ende unseren Zauberstab auswählen. Nicht mittendrin. Dann würde ich nochmal ein bisschen mehr Zeit investieren. Das sehen wir aber dann gleich. Da schlägt jemand. Zehn. Geht's da rein? Ein neugieriger Geist. Dann waren wir hier auch noch nicht. Okay, wir waren schon... Wir waren da noch nicht überall. Rebellion. Oder ist das draußen? Warte. Ne, okay. Gut. Warte. Gibt's hier Zauberstab, äh, Besen? Toll. Wir sind ihm gleich... Egal. Okay. Ich hab ja nur gedacht, weil da ein Besen halt dran stand. Ach was, wir kommen jetzt hoch. Oh, wie geil. Das ist alles so gut gemacht. Oh, 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 oh. So. Ah ja. Ach, wir sind voll. Da müssen wir mal wahrscheinlich unser Inventar ein bisschen verkaufen. Tolles Bild. Und da klingelt es ja schon wieder. Sammeln. Verzauberte Treppe. Diese verzauberte Treppe, äh, Treppe, Treppe im Laden, Wälzer und Schriftrollen offenbart sich, wenn ein bestimmtes Buch bewegt wird. Der Inhaber Thomas Brown verkauft eine Vielzahl von schriftlichen Produkten, darunter auch Zauberanweisungen, sehr praktisch für die Beschwörung. Hm, okay. So, hallo. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Methildas Schüler also. Also, dachte ich mir, dass Sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown. Dann hatten Sie Ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex. Aber da helfen meine Zauberanweisungen. Nein, bleiben Sie dran. Dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation. Ja? Das klingt richtig. Gut. Es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Okay, Zauberanweisung. Pflanztisch mit kleinem Topf. Schalt die Fähigkeit frei, einen Pflanztisch mit kleinem Topf zu beschwören. Mit dem Topf kannst du viele nützliche Zauberpflanzen züchten. Hm, okay. Zauberanweisung. Kleine Tränkestation. Schalt die Fähigkeit frei, eine kleine Tränkestation zu beschwören. Perfekt geeignet, um all deine Brauwünsche zu erfüllen. Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Nein, das schaue ich mir jetzt auf jeden Fall nicht an. Erstens ist er viel zu teuer und ich kaufe nichts. Ist ja unverstehend teuer. Also. Boah, ist das teuer. Okay, und jetzt kommen wir zu guter Letzt zum Zauberstab. Mal schauen, was wir uns für einen Zauberstab auswählen können. Und wir müssen die Auswahl vielleicht bedacht vorgehen. Weil erstens wird es wahrscheinlich einiges kosten. Oder nee, es wird nichts einiges kosten. Aber ich bin mir sicher, vielleicht wird das abändern. Oder ein anderer Zauberstab, je nachdem ob man mehrere haben kann. Das könnte vielleicht einiges kosten.